Prep Baking für mich bedeutet, dass ich so viel oder so wenig backen kann, wie ich will, ohne jedes mal einen neuen Teig machen zu müssen. Prep Baking ist für jeden, der gerne backt, aber auch manchmal wirklich wenig Zeit hat. Und auch für jemanden, der nicht unbedingt auf einmal zwei Dutzend Cookies backen möchte, sondern nur eine kleine Menge öfter. Das ist perfekt. Meine Rezepte sind gelingsicher. Die sind optimal ausgearbeitet und machen Spaß umzusetzen. Und wer Spaß in der Küche hat, backt besser. Ich bin auf die Idee von den Kekis gekommen, weil ich ein Hybrid entwickeln wollte. Mit der Form von einem Cookie, aber mit der Textur von Kuchen. Und ich wollte auch ein Hybrid entwickeln ohne Backform. Das heißt, dass ich so viel oder so wenig backen kann, wie ich will. Ich muss mich nicht an eine Backform richten. Das Backen für mich ist sinnlich. Es ist emotional. Es ist kreativ. Ich träume regelrecht vom Backen. Das bedeutet für mich einfach alles. Ich liebe das Backen. Ich liebe diese Cookie.